Viel zu erleben gab es am vergangenen Wochenende in Weltsow. So lud der Verkehrslandeplatz zur Airport-Action ein. Präsentiert wurden Oldtimer-Flugzeuge, Oldtimer-Fahrzeuge, Segelflieger und vieles mehr. Im Rahmenprogramm gab es unter anderem Kunstflugvorführungen oder Modell- und Drohnenvorführungen. Möglich waren auch Mitfluggelegenheiten bei Tag und Nacht. An beiden Tagen gab in Weltsow auch das Robotikunternehmen Tolik Einblicke in seine Drohnenproduktion. Und das Feuerwehrmuseum führte Besucherinnen und Besucher durch seine Sammlung historischer Fahrzeuge und Ausrüstung.